Herzlich Willkommen zum einzigen Ort der Wahrheit in der Welt in einem Meer der Irrtümer, der Unwissenheit und so weiter. Denn Wahrheit gibt es nur in der Kombination der naturwissenschaftlichen Kombination Physik plus Chemie plus Biologie inklusive aller Varianten der Psychobiologien und der Soziobiologien. Und nur da finden Sie Wahrheit über die Welt und da ich so langsam spreche, hier der Hinweis, hier ist das Zahnrädchen, da können Sie jede beliebige Geschwindigkeit herstellen und dann kann ich langsam sprechen und Sie können schnell hören sozusagen. Ja, unser Tagesbild müssen wir noch einrichten. Ein bisschen. So, ich glaube, so können wir es lassen. Covid-19 und wie immer zuerst die Kurznachrichten und unsere Tagesthemen. Bei uns sind ja heute und heute Journal, Tagesschau und Tagesthemen in einer Sendung und das sind nachher dann unsere Tagesthemen, die wir jetzt aber eben schon streifen werden. Ja, eine Begegnung, eine große Sendung mit über Bhagwan, Shri Raschnish, Osho und damals war ein Professor Fittkau, der heute für die Gemeinwohlökonomie auch aktiv ist, mit dem ich auch letztens telefoniert habe und seine, und die Mutter, also es war quasi Vater-Mutter-Tochter-Treffen, die Tochter, die sich irgendwie mit Yoga und so weiter beschäftigt. Und der Professor Fittkau und eben auch die Mutter dieser Tochter und das Entscheidende ist, dass wieder zeigt, ohne Naturwissenschaft ist alles nur Zeitvergeudung. Ich habe das durchgeklickt und nirgends wurde über irgendetwas Relevantes gesprochen, sodass es zeigt, wenn man Bhagwan und beziehungsweise Osho nicht in einem Rahmen eines soliden naturwissenschaftlichen Grundausbildungs einbettet, sozusagen, dann ist eben auch das wieder völlig wertlos und sinnlos und Zeitvergeudung, weil nur wenn man, also Bhagwan, das war ein Philosophie-Professor in Indien, ja, der immerhin auch über Konrad Lorenz, also einen Evolutionsbiologen sinnvoll gesprochen hat und deswegen eigentlich wäre, wenn er nicht so früh gestorben wäre, hätte er es vielleicht schaffen können, den nächsten Schritt noch zu gehen, dass er seine gesamte Konzepte, alles was er gelehrt hat oder alles was er gesprochen hat, in den Rahmen der vollständigen Evolutionsbiologie und damit der vollständigen Naturwissenschaft eingebettet hätte. Und dann hätte er nämlich erkennen können, dass die Unterdrückung der Sexualität in der Welt und eben daher kommt, dass wir, ja, nextscientistsforfuture.de vom Weltrat, dass eben wir sozusagen im Zeitalter von Markt, von ungelenktem Markt und Arbeitsteilung seit circa 400.000 Jahren leben, in der Epoche, in der Menschheitsepoche von Markt und zwar ungelenktem Markt und Arbeitsteilung leben müssen, leiden müssen, ja, insofern ist Leben leiden, weil wir seit 400.000 Jahren unter den schrecklichen Rahmenbedingungen von ungelenktem Markt und Arbeitsteilung leben und daraus entsteht zwangsläufig die Unterdrückung des Lebensglückes, des Liebesglückes und so weiter. Denn hier haben wir den ersten Frühhändler und Früharzt der Evolution und der sagt, ach, toll, dass ihr euch so naturbelassen ernährt und so toll, dass ihr euch in euren Liebeskommunen, in eurem Bonobo-Kommunismus, dass ihr in euren Kommunen, dass die Männer alles den Frauen und Kindern schenken und alle mit allen in Liebe sind und mit allen Liebe haben und so weiter und Liebe machen und dass alle so sexuell befriedigt sind und so gut gesund und naturbelassen ernährt und dadurch so starke Immunsysteme haben, dass sie gar nicht sorgen müssen. Und wir haben ja auch eben Augen, die kleinste Krankheitserreger, die man erst später wird entdecken, sozusagen, dass die für uns irrelevant sind, weil wir sie mit den Augen nicht sehen können, eben weil Viren und Bakterien, wenn wir starke Immunsysteme haben, für uns sowieso überhaupt keine Bedeutung haben. Ja, es ist eher so, dass unsere Neugeborenen alles in den Mund stecken und sich also alle Viren und Bakterien in den Mund stecken, um starke Abwehrkräfte dagegen zu entwickeln und wenn dann ein Neugeborenes genetisch irgendwie gestört ist oder irgendwie nicht gedacht ist fürs Leben, quasi genetisch mutiert ist und dadurch eben mit diesen Viren und Bakterien des normalen Umfeldes nicht klarkommt, na gut, dann schläft es eben sanft ein und wir können diese Sanfteil ja noch unterstützen mit einer Morphium-Massage, so irgendwie Morphium-Öl-Massage, sodass es ganz sanft und schmerzfrei einschläft. Aber wir müssen nicht sozusagen dem Wahn unterliegen, jedes genetische Zufallsexperiment der Evolution sei jetzt nun unbedingt fürs Leben bestimmt, sozusagen. Das hat ja auch Osho richtig erkannt, ja. Und warum sollen wir Menschen 70 Jahre quälen, in dem wir nur für den Profit der Medizinindustrie sozusagen schon im Mutterleib anfangen, ungeborenen, nicht lebensfähige Organismen künstlich zum Leben zu zwingen und ein Qualleben ihnen zuzumuten. Und stattdessen hier haben wir dann irgendwann kommt aufgrund des Naturgesetzes von Mutterzone und Selektion kommt das zwangsläufig dazu, dass der zum ersten sich irrenden Früharzt und Frühhändler der Evolution und der erzählt, nein, ach ist das ekelhaft, euer Liebesleben, dieses Geschmuse, dieser Sex, das ist ja widerlich, unkeusch, unmoralisch, hört auf damit. Also hier, also zwangsläufig sozusagen muss es ja zu diesen Irrtümern auch kommen, sozusagen. Und dann zeigt sich, dass unter Bedingungen von Markt- und Arbeitsteilung jetzt diese Irrtümer ganz klar riesige wirtschaftliche Erfolge haben. Also was zum Beispiel hat dieser Frühendhändler und Früharzt, der sagt, nein, ihr könnt auch meine denaturierten späteren Industrienahrungsmittel essen, die sind genauso gesund wie die natürlichen sozusagen. Ja, und wie gesagt, ekelhaft, diese Sexualität, das solltet ihr unterdrücken und aufhören damit und so weiter. Das ist unkeusch, unmoralisch, widerlich, krankheitserregend und so weiter. Und außerdem sind Viren und Bakterien ja ganz schrecklich mächtig und wichtig und dass wir sie nicht sehen können, das muss irgendwie andere Gründe haben, aber irgendwie sind die trotzdem allmächtig, die Viren und Bakterien und deswegen müsst ihr meine Impfungen, Tests, Bestrahlungen, Chemotherapien, Operationen kaufen. Nur so könnt ihr gesund leben und so weiter. Und unter den Rahmenbedingungen von Ungelenkten am Markt und Arbeitsteilung erweist sich das als der große Renner. Also diese Irrtümer führen dazu, dass die Menschen unglücklich werden, einen Liebesmangel erleiden, einen Sexualitätsmangel erleiden, konsumsüchtig werden, kaufsüchtig werden, shoppingsüchtig werden im Sinne einer Ersatzbefriedigung. Und deswegen kann er unheimlich viel verkaufen. Und da die Leute dann auch süchtig nach seinen denaturierten Geschmacksdrogen werden, also esssüchtig werden, essen sie sich total krank und er kann ihnen ganz viele Behandlungen, Tests und Impfungen und Operationen und so weiter verkaufen. Und dann kann deswegen hier zwei Kinder, drei Enkel, zwei Urenkel ernähren und wird der Vorfahre von Trosten, Wieler und Lauterbach. Während der hier immer unter dieser Ausnahmearzt, man muss sagen unter den Bedingungen von Markt und Arbeitsteilung, Ausnahmearzt, immer unter dem starken Selektionsdruck stirbt. Solche Leute, die haben es immer einen schweren Stand und sind ständig vom Aussterben bedroht. Und hier in dem Bild stirbt also dann die Praxis sozusagen und der Laden spätestens hier beim Urenkel aus und die Linie endet sozusagen. Und während dieser Mainstream-Arzt sozusagen der Vorfahre aller Mainstream-Ärzte wird sozusagen. Und lösen kann man das eben. Und das hat Bhagwan, er hat zwar über Konrad Lorenz geredet, aber die späteren biologischen Sachen nicht mehr mitbekommen, dass da die Naturwissenschaft sozusagen zur geistigen Herrscherin über alle Erkenntnis wurde. Das hat er nicht begriffen oder hat er nicht mitbekommen. Nämlich, dass wir eben ausgrund dieser evolutionsbiologischen Analysen die Wohlfühlstimme als neue Wahlstimme brauchen, damit eben das ganze wirtschaftliche Handeln den Menschen dient. Also, ich bin schon wieder viel zu schnell am Reden. An Osho war auch, dass er es so schön langsam gesprochen hat. Ja, Schluck Wasser, Entschleunigung. Sie können ja die Geschwindigkeit wieder eine Stufe höher drehen. Ja, das bedeutet also Wohlfühlstimme als neue Wahlstimme, Gesundheitsdaten, Langlebigkeitsdaten, Wirtschaftswunderdaten des gesamten Landes und noch viele andere kleinere Steuerelemente entscheiden über die Verdienstzuschläge beziehungsweise über finanzielle Zuschläge für jeden, an der Gesellschaft Beteiligten. Und das führt dann dazu, dass alle interessiert werden an meinem Lebensglück, an meinem Wohlfühlen, an meiner Gesundheit, an meiner Langlebigkeit in einer wirtschaftlich starken Gesellschaft. Auch in einer wehrfähigen, wirtschaftlich starken, defensiven, pazifistischen, wehrfähigen Gesellschaft sozusagen. Und dass wir dann sogar die Hausärzte, ja, dann rücken ja quasi die Ausnahmeärzte, rücken dann an die Stelle der erfolgversprechenden Ärzte, weil die werden dann, die Ausnahmeärzte von früher, werden dann unter dieser Form der gelenkten, von gelenktem Markt- und Arbeitsteilung, also unter einem planwirtschaftlichen Schutzdach, einem echt planwirtschaftlichen Schutzdach, im Gegensatz zu diesen schrecklichen Pseudo-Planwirtschaften, Pseudo-Kommunismus, Pseudo-Sozialismus, werden die Hausärzte, Hausarztgesundheitskommunen begründen und dann werden die Hausärzte den Leuten empfehlen, vielleicht auch mal auszuprobieren, ob sie nicht auch Menschen sind, die in einer Kommune besonders glücklich werden können, vielleicht sogar im Bonobo-Kommunismus besonders glücklich werden können und dann dürfen wir wieder zurück in diese liebevollen Kommunen, wo die Männer alles den Frauen und Kindern schenken und wir sozusagen alle wieder glückselig lernen können. Und wenn Osho das noch geschafft hätte, Bhagwan Shri-Raschnish, Bhagwan ist, mit dem ich ja auch mal gesprochen habe, wenn er es geschafft hätte, diese biologische, also die Explosion der Biologie und damit die Vollendung der Naturwissenschaft zur Welterklärung, zur kompletten Welterklärung, wenn er das noch hätte schaffen können, vielleicht hätte er es geschafft, denn da er dieses biologische Wissen nicht hatte, sind seine Projekte alle letztendlich gescheitert, weil es eben ohne die Krone der Naturwissenschaft, die Krone der vollständigen Evolutionsbiologie inklusive aller Varianten von Psychobiologien und Soziobiologien, also Evolutionspsychologie, der naturwissenschaftlichen Teile der Psychologie, sozusagen einer naturwissenschaftlichen, weiterentwickelten Soziobiologie und korrigierten Soziobiologie und so weiter, ja, dann, da er das nicht kannte, sondern eben nur die neue Gruppe der Erleuchteten, also sozusagen die circa über 20 Professoren, Doktoren und so weiter, der Next Scientist for Future beziehungsweise des Weltrates, von dem ja der Arbeitskreis, sozusagen, NextScientistForFuture.de ist ja ein Arbeitskreis im Rahmen des Weltrates der Weisen. Ja, und da ist es eben so, dass eben, ja, leider ist die Welt so, dass eben gestern mich unterhalten mit einer, einem Mitglied der Partei, die Basis, die Basisdemokratische Partei, die auch den Irrweg gehen, diesen Aberglauben, ja, nehmen eine, ja, hier, der große Aberglaube unserer Menschheit, dem wir heute auch wieder mehrfach begegnen werden, diese Illusion, alle Menschen sind gleich, alle Menschen sind Genies, sie müssen nur, wenn sie die richtige Bildung bekommen, werden alle zu absoluten Genies. Nein, die Realität ist genau das Gegenteil. Die Evolution erzeugt jeden Tag Ungleichheit in der Welt, erzeugt Intelligente und erzeugt sehr wenig Intelligente, erzeugt Menschen mit großen Gehirnen und Menschen mit kleinen Gehirnen. Ja, das ist naturgesetzlich, das ist naturwissenschaftlich total bewiesen und trotzdem glauben die Menschen an den größten Aberglauben der Menschheit, dass alle Genies seien, wenn alle die richtige Bildung bekämen, wären alle Genies. Dabei sind es immer diese kleinen Kreise. Charles Darwin, um ihn rum gab es eine Gruppe an Leuten, so wie heute, was weiß ich, heute die circa 20 Professorinnen und Professoren des Weltrates und dann der Next Scientist for Future und so weiter, das sind immer nur die genialen Ausnahmen der Welt und eben das Rätsel des Lebens haben eben nicht Lamarck oder tausend andere gelöst und nicht eine Basis hier von Millionen Menschen hier aus diesem Bereich. Da können sie so viel Schwarmintelligenz vermuten, wie sie wollen. Gelöst haben das Leben, Problem des Lebens, nur Charles Darwin und vielleicht ein paar seiner Freunde um ihn herum und Wallace, Alfred Russell Wallace, der eben auch gleiche Ideen entwickelt hat und nur dieser Kreis an Genies hat das Problem des Lebens gelöst und das sind immer solche kleinen Kreise, so wie jetzt der Weltrat beziehungsweise die Next Scientist for Future, die alle, die die wissenschaftliche Probleme lösen können und jetzt eben die Mensch, alle Menschheitsprobleme gelöst haben, diese wissenschaftliche Fragestellung und da will, da glaubt die Frau, ah ja, ja 40, die letzten 40 Jahre sind alle Projekte gescheitert, aber nein, wir jetzt mit dem, mit der Schwarmintelligenz und der Basis werden wir es schaffen und dabei sind dort garantiert, eben da sind eben bis jetzt eben nur Leute drin, die hier hin und aus diesem Intelligenzbereich sind und leider eben bis jetzt noch nicht, also denn wir sollen ja diese, beraten irgendwann diese Partei, aber ohne, dass diese Partei hier beraten wird von den circa 20 Professoren des Weltrates, quasi von den modernen Darwins und Wallaces und dem Freundeskreis um Darwin und Wallace sozusagen, kann das nichts werden, weil sie können Milliarden Menschen nehmen und die Schwarmintelligenz wird immer nur mäßig sein, sondern die Lösung und vielleicht ist es auch so, dass die hier gar nicht in der Lage sind, auf die zu hören, weil sie dafür nicht intelligent genug sind. Vielleicht schafft es auch diese Partei gar nicht, auf die hier, auf den Weltrat zu hören, weil eben dieser Schwarm aus ein Massenschwarm immer eine durchschnittlich sehr niedrige Intelligenz haben muss, weil es ja schließlich ein Massenschwarm ist, ja, und dass eben in Wirklichkeit alle großen Erfindungen und großen Entdeckungen immer von diesen kleinen Gruppen wie dem Weltrat, wie dem Next Scientist for Future gelöst worden sind. Und vielleicht ist es auch völlig illusorisch, irgendwie diese ganzen anderen Internetgeschichten sozusagen unterrichten zu wollen, weil die gar nicht hier die Intelligenz dafür haben, weil sie alle aus diesem Bereich hier stammen und genauso vielleicht diese ganzen jetzt neu entstehenden Parteien, Wir 2020, die Basis und ich glaube, es gibt ja, ich glaube, es gibt noch Widerstand, 2020 existiert, glaube ich, auch noch als Partei, das wären jetzt drei neue Parteien, ja, ich habe in den letzten 40 Jahren hunderte Parteien kommen und gehen sehen und die sind alle gescheitert und werden auch alle scheitern, weil sie einfach hier nicht in der Lage sind, weil sie alle aus diesem Bereich der Gesellschaft stammen, also aus dem Bereich, wo die Genies ausgeschlossen sind und das ausschließlich von den Genies wiederum die Lösung vorliegt für die Menschheitsfragen und ich glaube, ich fürchte, es ist so, dass wir uns darauf konzentrieren müssen, dass wir nach dem einen einzigen einflussreichen Menschen gucken müssen, hier durch unsere Internet-Fernsehsendungen, der in der Lage ist, den Weltrat und die NextScientists4Future.de zu verstehen und das dann an die große Welt weiterzugeben und zu sagen, hoppla, es gibt etwas, was gut ist für uns alle, ja, und besser ist, viel besser ist für uns alle, ja, also insofern, Bhagwan, Osho ist zu früh gestorben, mit nur 58 Jahren, als dass er hätte, sozusagen, noch die, die, ja, also das Königlichwerden der gesamten Naturwissenschaft durch die Ausreifung der Evolutionsbiologie mit Psychobiologie und Soziobiologie in modernster Form, das hat er alles nicht mitbekommen und deswegen fehlte ihm alles und deswegen war dann auch diese Sendung weil da nichts ist, sozusagen, keine Substanz ist. Also, Wohlfühlstimme, Gesundheitsdaten, Langlebigkeitsdaten, Wirtschaftswunderdaten müssen über jeden Verdienstzuschlag entscheiden, müssen darüber entscheiden, was ausstirbt und was überlebt in einer Gesellschaft und dann werden wir die glücklichste und erfolgreichste Gesellschaft der Erde werden und, ja, so, dann schauen wir uns doch nochmal unser Tagesbild an, Schluck Wasser, und damit haben wir ja auch schon von den Tagesthemen erstmals Sarah Wagenknecht angesprochen, die gleich ja nochmal kommt, mit diesem Aberglauben an die Gleichheit und dass man nur ein bisschen Bildung drauf schütten müsste, dann würde aus einem kleinen Gehirn von 900 Milliliter hier, also wo ist es, dieser Aberglaube der Menschheit, dieser anti-wissenschaftliche größte Aberglaube, dass dann hier aus einem 900 Milliliter Gehirn sozusagen mit ein bisschen Bildung drauf schütten sozusagen würde dann plötzlich daraus ein 2 Liter Gehirn, also würde quasi 1,1 Liter fehlende Gehirnsubstanz weggemacht werden durch ein bisschen Bildung und dann wäre das ein absolutes Genie. Das ist so, ich ein anti-naturwissenschaftlicher Anti-Wahrheits- Aberglaube, bitte liebe Zuhörer, entweder befreien Sie sich jetzt von dem Aberglauben oder Sie gehören nicht hierher, weil hier ist nur wirklich für gebildete und für denkende Menschen und wissenschaftliche Menschen und die genau wissen, dass Ungleichheitserzeugung das Wesen der Evolution ist, an dem dann die Selektion angreift und dass das gesamte Universum davon geprägt ist und voll ist davon Schluckwasser. Wer also eine Welt will, in der alle gleich sind und alle von Geburt an Genies sind, der muss sich bitteschön ein völlig anderes neues Universum mit anderen Naturgesetzen bauen. Anders geht es nicht. Dieses Universum untersteht dem Naturgesetzen von der Gravitation und dem Naturgesetz von Mutation und Selektion. Ja, zu Corona, also zu unseren Tagesthemen gehört ja auch Corona natürlich wie häufig. Der Lehrer Mafi berichtet was ganz Wichtiges. Offensichtlich scheint es so gewesen zu sein, dass ja die Welt erkannt hat, dass es zwei große Bedrohungen gibt. Ja, ich weiß jetzt nicht, welche Rationalisierung die haben. Es wird also so dargestellt, als ob man könnte es ja so darstellen, wenn man jetzt ein bisschen verschwörungstheoretisch formuliert, kann man es ja so darstellen, könnte man es ja so darstellen, Weißrussland und Schweden stören, die stören das Bild, denn dadurch, dass dort nicht ausreichend viel gestorben wird, widerlegt das ja die These des Restes der Welt, dass der Lockdown unendlich wichtig und wertvoll gewesen sei. Und deswegen hätte man angeblich versucht, ob es stimmt, kann ich nicht nachprüfen, Kredite an Weißrussland davon abhängig zu machen, dass die Weißrussland einen Lockdown machen muss, damit man dann hinterher sagen kann, seht ihr, auch in Weißrussland sind nur deswegen so wenige Menschen an Corona gestorben, weil sie auch brav den Lockdown gemacht haben. Aber wohl hat sich Weißrussland geweigert, das zu tun. Und Schweden wurde ja massiv angegriffen und auch wie sagt man diskriminiert für sein oder irgendwie bestraft dafür, dass sie keinen Lockdown gemacht haben und hier wollte man wohl Weißrussland auch sanktionieren, weil sie keinen Lockdown gemacht haben. Ich kann das aber nicht nachprüfen, ob diese Artikel stimmen und so weiter, die der Lehrer Mafi in seiner Sendung präsentiert hat. Und jetzt versuche ich das mal nicht verschwörungstheoretisch zu formulieren. Das würde jetzt bedeuten, es muss Irrtümer in den Köpfen der Welt gegeben haben, sodass sie dann gesagt hat, vielleicht so, vielleicht war die Rationalisierung oder der Irrtum der Ja, Weißrussland und Schweden werden ja Superspreader sein, dadurch, dass das Virus bei ihnen sich total ausbreiten kann. Komisch ist nur, dass da keine Leute sterben oder nur sehr wenig Leute sterben. Wieso? Ja, und so, das könnte, ja, nee, aber das, aber der Irrtum ist quasi vielleicht der gewesen, ja, Weißrussland könnte ja den Rest der Welt dann als Superspreader infizieren und das müssen wir verhindern, indem wir den Kredit an Weißrussland nur vergeben, wenn die auch einen Lockdown machen, damit der Rest der Welt vor dem Superspreader Weißrussland und Schweden geschützt ist oder so, ja, und die Sanktionen an Schweden eben, damit auch Schweden den knallharten Lockdown macht, damit der Rest der Welt dann vor Schweden und Weißrussland als gewaltigen Hotspots der Welt und als Superspreader, Spreading-Events der Welt geschützt ist. Vielleicht ist das die Logik, die Irrtumslogik, aufgrund dessen dann vielleicht wirklich so bei diesem Kreditvergabe, bei dieser Kreditvergabe man versuchte, Weißrussland für den Lockdown zu gewinnen. Und das ist natürlich dann sozusagen logisch. Also, ja, und das Dilemma ist nur, dass da der Irrtum drinsteckt, Weißrussland und Schweden hätten schon längst der Superspreading- Hotspot werden müssen und dann hätten wir jetzt riesige Leichenberge schon in Weißrussland, unabhängig davon, dass dann das Umland die anderen umliegenden Länder infiziert hätten werden können, müssten wir ja erstmal Leichenberge in Weißrussland haben, wir müssten lauter Leute haben, Zeugen haben, die bereitwillig in die Kamera der vielen fragenden Journalisten geantwortet hätten, ja, in meinem Bekanntenkreis sind dieses Jahr viel mehr Menschen gestorben als in 2018 zum Beispiel oder 2019 und diese Zeugen war es aber nicht gelungen zu finden, sondern man hatte in Weißrussland nur Zeugen gefunden, die gesagt haben, die aus der Medizinindustrie stammten sozusagen und dann gesagt haben, ja, wir machen uns große Sorgen, aber eine Medizinindustrie, die voll ist von Gefährlichkeits Überschätzungen von Viren und deswegen sich natürlich riesige Sorgen macht, ist nicht das gleiche wie Leichenberge, ja, das sind sich Sorgen machende Medizin Industrielle, ja, um das noch einmal hier deutlich zu machen, ja, ja, ich habe ja vorhin geschildert, ja, dass eben hier dieser Früharzt und Frühhändler sich irrt und der dann zum Beispiel auch sagt, nein, wir müssen eine Medizinethik entwickeln, dass wir jedes Leben schon im Mutterleib anfangen zu operieren, weil jedes Leben, auch wenn es noch so schmerzvoll und leidvoll ist, wir müssen jedes Leben um jeden Preis erhalten, Klammer, weil wir natürlich den Preis immer wir erhalten, denn das ist dann unser Verdienst, weil wir werden dann ja beauftragt mit der Lebensrettung und werden fürstlich dafür bezahlt, das denkt er natürlich nicht, sondern er irrt sich und sagt, das ist doch eine moralisch-ethische Verpflichtung, jedes Leben, auch wenn es noch so sehr leidet, so lange wie möglich am Leben zu erhalten, um jeden Preis. Und diese Moral ist dann übergegangen in die gesamte Gesellschaft, besonders weil eben das öffentlich-rechtliche Fernsehen die Mitarbeiter einen Teil ihres Gehaltes aus den Werbespots der Pharmaindustrie und der Medizinindustrie beziehen und deswegen hat natürlich das öffentlich-rechtliche Fernsehen diese geschäftstüchtige Medizinethik, die also sagt, wir müssen auch schon das Ungeborene zu einem Geschäftsmodell für die Medizinindustrie machen und zu einer Geldquelle und einer Gewinnquelle für die Medizin- und Krankenhausindustrie und Operationsindustrie und Pharmaindustrie machen, während eben so jemand halbwegs weises wie Osho Bhagwan Shirasnish eben dann gesagt hat, nein, also das ist doch, wir dürfen doch uns von solch einer marktwirtschaftlichen Krankenmedizin Ethik sozusagen nicht infizieren lassen und dazu bringen lassen, sozusagen weiser sein zu wollen als die Natur und quasi dem Geschäftsmodell zuzustimmen, unendliche Gelder in das Behandeln von Kindern zu stecken, die genetische Mutantationen oder Mutanten darstellen, die einfach kein arbeitsfähiges Immunsystem haben und deswegen beim ständigen Immunstecken von allem Möglichen eben dann nicht geimpft werden durch die Viren und Bakterien, sondern eben daran zugrunde gehen, weil sie gar kein reaktionsfähiges Immunsystem haben. Und also das heißt erst die moderne Biologie lehrt uns, dass die Medizinethik eine Geschäftsförderungsethik ist und dass deren Moral eine Moral in die eigene Tasche hinein wirtschaftens ist. Und dass wir deswegen diese moralische Entrüstung ja ihr könnt das doch nicht zulassen, dass Mütter über das sanfte friedliche Einschlafen ihres Neugeborenen entscheiden dürfen, ihr dürft es doch nicht zulassen, dass sozusagen kleine Kinder sterben dürfen, schmerzlos sterben dürfen, ohne dass alle medizinischen Waffen sozusagen gegen sie gewinnbringend zum Einsatz gebracht werden, gegen die um eben das Sterben zu verhindern. Also diese natürliche Beziehung zum Tod sozusagen dürft ihr doch nicht machen, denn wenn ihr das macht, dann schadet ihr ja unseren Geschäftsinteressen, denn die lauten, dass wir gerne bezahlt werden möchten dafür, dass wir um jeden Preis, jedes Leben, auch wenn es noch so schmerzvoll, noch so qualvoll ist, noch so sinnlos ist, erhalten dürfen, damit wir maximalen Profit verdienen. Also bitte nochmal darüber nachzudenken, die Ethik vom Sterben, die wir heute haben, ist eine Medizingeschäftsethik, die sofort verschwinden wird, wenn der Arzt bezahlt wird, sozusagen Wohlfühlstimme, Gesundheitsdaten, Langlebigkeitsdaten, ja, dann wird es immer noch so sein, dass der Arzt bemüht sein wird, dafür zu sorgen, dass ich 127 Jahre alt werde, aber er wird nicht dafür sorgen, dass ein Neugeborenes operiert wird, wenn davon abzusehen ist, dass dieser Mensch die nächsten 120 Jahre leiden wird müssen und deswegen immer schlechte Wohlfühlstimmen wird abgeben, sozusagen, und zunehmend schlechtere Wohlfühlstimmen abgeben wird, da wird das dann für den Arzt eine richtige Entscheidung sein, zu sagen, okay, bei diesem Menschen muss ich darauf verzichten, dass ich die Langlebigkeitsdaten von 127 erreiche, aber dafür verhindere ich auf der anderen Seite, dass ich ganz schlechte Wohlfühlstimmen bekomme als Rückmeldedaten und ganz schlechte Gesundheitsdaten, denn dieser Mensch wird tausendmal operiert werden müssen und er wird dabei leiden ohne Ende und so weiter und dann sage ich, okay, dann sage ich, wir sollten entscheiden, diesen Menschen sanft und friedlich einschlafen zu lassen, am besten schon als ganz, ganz kleines Kind, ohne dass also eine Person entstanden ist, eine Persönlichkeit entstanden ist, weil es in der Summe aus Abwägung aus Ziel 127 Jahre alt werden, Ziel ein glückliches Leben zu führen und Ziel ein gesundes Leben zu führen, aus der Abwägung dann die richtige Entscheidung ist, eben nicht um jeden Preis qualvolle Lebensverlängerungsmaßnahmen durchzuführen, sozusagen, ja, und das ist dann eine gesunde, natürliche Ethik, die dann auch die Ärzte übernehmen würden, weil sie eben nicht mehr an einer pathologischen Ethik, einer verrückten Ethik Leben um jeden Preis, um jede Qual, um jeden Schmerz sozusagen, also jeden Schmerz in Kauf nehmen, Leben um jeden Preis zu verlängern, weil sie solch eine sozusagen Ethik dann natürlich nicht mehr unterstützen würden. Ja, so, dann gehen wir mal weiter mit den Kurznachrichten und Tagesthemen. Schluck Wasser Ja, GMX ist etwas, also ich schaue ja am Tag nur einmal entweder die klassische Tagesschau oder heute Sendung und lese die GMX Nachrichten von den GMX Journalisten. Ja, und immer wieder bringen Journalisten Meldungen, die ihre eigenen Gefährlichkeits Überschätzungs Irrtümer bestätigen. Ja, also offensichtlich neigt auch ein Journalist, wenn er einmal den Gefährlichkeits Überschätzungs Irrtum Corona ist, ein Killer Virus geglaubt hat, neigt er dazu, immer dies bestätigende Dinge zu bringen und deswegen schreibt er dann gerne über vermeintliche Hotspots, die eigentlich nur Hotspots des medizinindustriellen Testgeschehens sind und über Superspreading Sachen zu schreiben, obwohl das in Wirklichkeit nur Weitergaben oder Weitergaben von Viruskontakten sind, aber nichts mit Krankheitsausbreitung zu tun haben, nichts mit schweren Krankheiten zu tun haben und nichts mit Todesfällen zu tun haben, aber es bestätigt eben die Vorstellung vom gefährlichen Killer Virus und deswegen neigen Journalisten dazu, das auch immer wieder zu berichten, wenn sie einmal den ersten Irrtum übernommen haben, nämlich Corona sei ein Killer Virus, alles andere daraus ist zwangsläufig und wir sollten eben alle Verschwörungstheorien unterlassen, dass da noch andere Ziele verfolgt würden, sondern es ist einfach so, wenn einmal dieser Irrtum da ist, ist alles andere logisch und zwangsläufig richtig danach. Die Journalisten wissen eben nicht, dass da in Wirklichkeit nichts wäre, wenn die Medizinindustrie da nicht rumwerkeln würde. Ja, also das ist in der Naturwissenschaft ein lange bekanntes Interaktionsproblem. Ja, wenn ein Forscher etwas untersucht, dann interagierte als Forscher schon mit der Sache und verfälscht das Ergebnis. Und in dem Moment, wo die Medizinindustrie mit einem Test irgendwo hingeht, interagiert sie mit der Situation und möglicherweise erzeugt sie das Problem und nicht ein Virus, sondern das Problem, das erzeugt wird, wird vielleicht durch das Rumwerkeln der Medizinindustrie und der Testindustrie erzeugt und nicht durch das Virus. Und dafür braucht man wieder eben diese Kombination aus Physik plus Chemie plus Biologie inklusive alle Psychobiologie Varianten und Soziobiologie Varianten und erst durch diese Kombination erkennt man so kann man doch nicht vorgehen. Man muss sich doch immer klar sein, immer die Frage stellen, stirbt der Patient an einem Virus oder stirbt er an dem Arzt oder stirbt er an dem Krankenhaus. Das ist doch immer die Frage, die sich jeden Naturwissenschaftler immer stellt, wegen dieses Interaktionsproblemes. Schluckwasser. Ja, und viele Menschen tun so oder denken so, als wäre der Arzt gar nicht da, als wäre das Krankenhaus gar nicht da, als wäre der Tester gar nicht da und würde gar nicht mit dem Patienten interagieren, sondern da wäre nur das Virus und der Patient und der Arzt wäre nur als Helfer des Patienten da und man schließt von vornherein aus, dass die Möglichkeit bestünde, dass der Arzt der tödliche Faktor sein könnte im Interaktionsgeschehen. Schluckwasser. Und das ist ein naturwissenschaftlicher Kardinalfehler, den unsere Welt gerade macht. Ja, unser Dilemma ist wahrscheinlich, dass wir in den letzten Jahrzehnten viel zu viele Kinder hier bekommen haben, viel zu viel Nachwuchs in Deutschland und Europa bekommen haben, hier, also im unklugen Bereich und viel zu wenig Nachwuchs im klugen Bereich, dass dadurch sozusagen Deutschland ein immer weniger kluges Land geworden ist und deswegen solche Irrtümer natürlich nahe liegen und dadurch Deutschland sich immer weiter von der Naturwissenschaft entfernt hat, von der Weltspitze der Naturwissenschaft. Vielleicht müssen wir auch auswandern sozusagen, vielleicht muss das Know-how des Weltrates auch in anderen Teilen der Welt eingesetzt werden und dann, ja, ich habe ja schon mal gesagt, wenn ein anderer Staat der einzige Staat der Erde ist, der kostenlos von den nextscientists for future .de reformiert wird, dann würde ich wahrscheinlich auch dorthin ziehen, weil dieser Staat wäre dann der beste Staat der Erde. Ja, ähm, Marx, also jetzt sind wir wieder nochmal hier bei unseren Tagesthemen, ja, wir kommen ja gleich zu Rixinger von der Linken, Sarah Wagenknecht hier von der Linken, Marx, kommen wir jetzt dazu, diese Einheit aus Sarah Wagenknecht, Rixinger und Marx gegen Markus Krall, der für den freien Markt spricht, also den ungelenkten, also nicht planwirtschaftlich, durch ein echt planwirtschaftliches Schutzdach, wie die Wohlfühlstimme gelenkten Markt, sondern für den Mittel, mit seiner bürgerlichen Revolution, für den, also quasi eine bürgerliche Revolution will, dass der Markt wieder freier wird, anstatt, was wir sagen, hier die Next Scientist for Future, also gegen Next Scientist for Future, wir sagen, ja, nein, der Markt muss total gelenkt werden, damit er endlich seine mörderischen Aspekte verliert, sozusagen, ja, so, also, Sarah Wagenknecht und Karl Marx und Rexinger haben, also, schon Karl Marx Kapitalismus Analyse war total verharmlosend, ja, also, hier, der Kapitalismus ist viel schädlicher, als Marx jemals dachte, er hat nicht erkannt, dass, wie ich eben hier beschrieben habe, dass die Frühärzte und Frühhändler ganz früh anfangen, unser Liebesleben total zu unterdrücken, unsere Sexualität total zu unterdrücken, uns von natürlicher Nahrung fernzuhalten und uns die denaturierte Nahrung gewinnbringend zu verkaufen, weil sie billiger herzustellen ist und mehr Profit einbringt, die Gewinnspanne größer ist und so weiter, ja, also, dass, dass also unsere gesamte Gesundheit, dass uns der Krieg gebracht wird und so weiter, dass also unser aller Leben maximal geschädigt und angegriffen wird durch den Kapitalismus, das hat Marx überhaupt nicht verstanden, ja, seine, er hat den Kapitalismus total verharmlost und daraus resultiert, dass so Leute wie Rixinger und sozusagen Sarah Wagenknecht in der Illusion leben, es würde ja ausreichen, ein bisschen umzuverteilen von oben nach unten und dann wäre eigentlich alle Probleme gelöst und ein bisschen mehr Umweltschutz, ein bisschen mehr umverteilen von oben nach unten und ein bisschen mehr Umweltschutz würde reichen. Dabei ist das eine reine Illusion, weil damit nichts von den wahren Schädigungen durch Markt und Arbeitsteilung gestoppt wäre, sondern erst durch die Wohlfühlstimme, die Gesundheitsdaten, die Langlebigkeitsdaten und die Wirtschaftswunderdaten und die anderen Steuerelemente wäre das Problem lösbar. Schluckwasser. Und Marx hat noch einer anderen Sache Vorschub geleistet. Einer anderen Illusion, in der berühmten Sendung ja zum Ausdruck kam, wo als die eine Frau so gesagt hatte, die Reichen totzuschlagen und wo Rixinger dann sagte, nein, wir lassen sie sinnvoll für uns arbeiten, die Reichen. Darin kommt ja nur zum Ausdruck das, was sozusagen Rixinger damit zum Ausdruck bringt, nämlich dieses keinerlei Respekt vor der Arbeitsleistung der Unternehmerinnen, also für einen Rixinger, also für die Linke, für Sarah Wagenknecht, leistet eigentlich der Unternehmer gar nichts. Der ist eigentlich völlig wertlos und bedeutungslos, deswegen wollten wir ja auch umverteilen, weil ihm eigentlich gar kein Unternehmerlohn zustößt. Dabei ist eben die Fähigkeit, die Arbeit von tausenden Menschen sinnvoll koordinieren zu können und zu einer Gesamtleistung zusammenzubringen sozusagen und daraus eine ungeheure Effektivität zu entfalten. Genau das ist die Leistung jedes Unternehmers und die Leistung jedes Vermögenden besteht darin, in die richtigen Projekte zu investieren, die erfolgversprechend sind und zu erkennen oder erkennen zu können, welche Projekte nicht erfolgversprechend sind und in diese hinein eben nicht zu investieren und allein das zu erkennen, welche Projekte nicht erfolgversprechend sind, das erfordert geniale unternehmerischere Denkleistungen und das ist die eigentliche Arbeitsleistung von Unternehmer und so weiter, vor denen wir totalen Respekt haben sollten und von denen wir möglichst viele im Lande haben halten wollen sollten, also wir brauchen möglichst viele von diesen klugen Köpfen, also wir brauchen hier möglichst viele von diesen genialen Unternehmern im Lande, die also in der Lage sind, sozusagen tausende von chaotischen Menschen aus diesem Bereich hier da eine Zusammenarbeit herzustellen, die eine koordinierte Gesamtleistung darstellt und dann auf dem Weltmarkt konkurrenzfähige Produkte ermöglicht, sozusagen, die wir auf dem Weltmarkt verkaufen können, sodass wir dann uns als Gegenleistung sozusagen alle anderen guten und wichtigen Produkte der Welt selber auch kaufen können, sozusagen, das sieht ein Rixinger, eine Wagenknecht, ein Marx gar nicht. Sie haben also sozusagen den Unternehmer nicht richtig wertgeschätzt und die Arbeitsleistung und die Gerechtfertigkeit des Unternehmerlohns nicht gesehen. Auf der anderen Seite erschreckt schon auch das Auseinandergehen der Schere zwischen Arm und Reich, das sich immer weiter öffnen, aber das wird sich lösen lassen, wenn die unsere geliebten Milliardärskönige, Politikkönige, Journalistenkönige und Lobbyistenkönige, wenn die dann also sozusagen wieder sozusagen eingeladen werden von den ersten entstehenden Bonovo-kommunistischen Kommunen sozusagen entstehen, also das, was Osho Bagua nie gelungen war, nämlich eine funktionierende Kommune herzustellen, ja, sodass in der dann also sozusagen hier die Milliardäre aus aller Welt, die Unternehmer aus aller Welt hier in die Kommune kommen und alles ihren, den geliebten Frauen und Kindern ihre liebevollen Kommune schenken und dadurch sich sozusagen der gesamte Reichtum der Milliardäre wieder auf alle Menschen verteilt, weil hier in dieser Kommune, überall in Kommunen werden die Milliardäre leben und alles ihren geliebten Frauen und Kindern ihrer Kommune schenken sozusagen und dadurch wird sich das alles verteilen auf die gesamten Kommunen und dann wird sozusagen der Reichtum sich wieder letztendlich über die ganze Welt verteilen und die Schere zwischen Arm und Reich geht zügig schließt sich zügig wieder aber nur weil eben dann die Milliardäre die Unternehmer freiwillig alles was sie finden und verdienen und erfinden eben wieder so wie früher in der Evolution den geliebten Frauen und Kindern ihre Kommune schenken was ja eben hier zerstört wurde ja also das wurde ja hier zerstört weil dieser Früharzt und Frühhändler eben gesagt hat nein das ist ja schrecklich dieses Schmusen und dieser Sex das macht euch ja krank das ist ja infektiös es ist unschicklich und unmoralisch und so weiter hört auf damit und dieser Irrtum sich als der große gewinnbringende vorteilbringende und karrierefördernde Irrtum erwiesen hat sozusagen Schluckwasser so und das ist eben der Punkt und außerdem wird den wird den Reichen auch und den Unternehmern keinerlei Respekt gegenüber gebracht bei deren Willen ihren Kindern eine gute Staatssituation zu vererben das das ist aber ganz normal ja also es ist doch völlig normal das hier was macht denn der Bonobo in seinem Bonobo Kommunismus er schenkt alles seinen geliebten den geliebten Frauen und Kindern der Kommune in der er lebt und damit gibt er seinen Kindern eines bessere bessere Ausgangsbasis Ernährungsbasis in dem Falle als zum Beispiel den Kindern dieser Kommune weil er denen ja die Geschenke nicht macht sondern den Großteil ein Teil seiner Geschenke wird auch hierhin gehen weil ja seine Töchter hierhin abwandern und hierhin abwandern und so weiter und dann sozusagen dort seine Enkelkinder sind er wird sicherlich auch seinen Enkelkindern etwas schenken und seinen Töchtern bei den besuchen aber seine Hauptgeschenke werden hier landen bei seinen eigenen Kindern und damit gibt er ja den Töchtern die sind dann wohlgenährt und haben eine gute Ausgangsbasis sozusagen hier dann gute Kinder Enkelkinder in die Welt zu setzen wenn sie dann in den Nachbarkommunen sind ja sie bringen ja eine Wohlernährtheit mit und da ist eben der Punkt dass die 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 ganzen Leute nicht sehen und dass das das es doch ganz verständlich ist dass natürlich die Unternehmer ihren Kindern eine gute Staats Staat Basis geben möchten und deswegen ihnen auch etwas vererben möchten und wenn man das einfach nur so verteufelt dann damit treibt man dann die fähigsten raus aus dem Lande sozusagen ja also wir das was also Wagenknecht Riexinger Karl Marx und Felber und Christian Felber und und Richard David Brecht der Philosoph Richard David Brecht gemeinsam machen ist dass sie sozusagen hier überhaupt keinen Respekt haben vor der Arbeitsleistung von Unternehmern und ihrem berechtigten Wünsch ihren Kindern eine gute Staatsposition zu geben und damit also mit diesem mangelnden Respekt und dieser mangelnden Anerkennung und mit dieser Abwertung des Unternehmertums und so weiter neigen sie dazu quasi all diese Fegen raus aus dem Lande zu treiben sodass dann also nur noch die Unklugen übrig bleiben die große Masse der Unklugen übrig bleibt und dann würde wäre Deutschland ein total verarmtes Land weil alle die Arbeit koordinieren können die tausende von Menschen in in einer Zusammenarbeit koordinieren können weil all diese genialen Leute weg sind und übrig bleibt ein chaotischer Haufen von unfähigen Leuten die ohne die Lenkung durch es könnende Unternehmer gar nicht zu einer richtigen Zusammenarbeit fähig sind das wird jetzt auch die Basispartei mit ihrer Illusion einer überlegenen Schwarm Intelligenz feststellen die wird feststellen dass der Schwarm am Ende dumm ist und in Wirklichkeit sozusagen sozusagen alles alle schweren Dinge die gelöst werden immer nur von ganz kleinen Kreisen wie dem Weltrat gelöst werden können und von niemand umsonst ne ja bin mal gespannt ich habe dieser Frau 1000 Euro versprochen wenn das mit der Basis Partei ohne die next scientists for future .de klappen würde dann würde ich ihr 1000 Euro geben die gebe ich ihr gerne denn ich bin ganz sicher dass diese Schwarm Intelligenz ohne die next scientists for future oder ohne Rückbezug auf die Inhalte der next scientists for future die ja frei verfüglich sind nicht zu einer irgendwie konstruktiven Lösung kommen kann ja schauen wir uns doch mal an was felber und ich analysiere immer noch die Sendung wo felber mit richard david brecht in der sendung ist mit anderen linken sozusagen ich sage ganz bewusst linke weil sich richard david denn letztendlich zeigt sich dass sogar felber christian felber auch das bedingungslose grund bedingungslose grunde ein kommen grund grund jedenfalls das bedingungslose grunde einkommen heißt es ja bge auf jeden fall das bge befürwortet und das bestätigt noch einmal das was ich so gesagt habe dass es so im bereich der linken so eine art kram waren laden einen kram waren laden aller linken träumereien gibt aller umverteilung träumereien ja ja denn erstens habe ich tausendmal schon gesagt das würde dazu führen dass hier eine mutter eine hauptschulabbrecherin mit 20 kindern würde ein würde 31.500 euro monatseinkommen haben und würde also sozusagen deswegen deswegen so viele Kinder wie möglich in die Welt setzen die ganze Welt würde Wege versuchen irgendwie in Deutschland illegal einzudringen um hier in dieses bedingungslose Grundeinkommen zu beziehen wobei Richard David Brecht noch so sagen würde nein nur deutsche Staatsbürger ja ja aber die Frage ist wie lange muss man sich illegal in Deutschland aufhalten um dann automatisch die deutsche Staatsbürgerschaft zu bekommen und dann 20 Kinder in die Welt zu setzen und dann ein bedingungsloses Familien Grundeinkommen von über 30.000 Euro zu bekommen allein für das Erzeugen in die Welt setzen von nicht arbeitsfähigen Kindern die überhaupt keine volkswirtschaftliche Produktivität entfalten denn wie gesagt ein genetisch ist es höchst unwahrscheinlich dass zwei Eltern die hier sind genetisch von der Gehirngröße dass die ein Kind in die Welt setzen das plötzlich hier liegt oder dass plötzlich die Bildung in der Lage sein wird ein Kind das hier sozusagen geboren wird mit einer Gehirngröße in diesem Bereich plötzlich durch ein Bildungswunder zu einem Genie gemacht wird das wird nicht passieren ja sondern Mutation und Selektion werden dazu führen dass die Kinder alle in diesem Bereich hier schwanken und dann kann die Bildung vielleicht noch ein paar Millimeter bewegen aber in Wirklichkeit so schnell geht das nicht mit Mutation und Selektion dass plötzlich ein riesen Mutationssprung kommt dass jemand wenn zwei Eltern die Gene haben für ein Liter Gehirnvolumen dass dann plötzlich ein Kind geboren wird mit zwei Liter Gehirnvolumen als Erwachsener dann später ja das wird nicht passieren also all diese Träume sind Träume ja und wenn es passiert wenn es einmal passiert dann werden die anderen 20 Kinder wiederum hier liegen ja und dann ist der Schaden immer noch gewaltig der angerichtet wird also das heißt bedingungsloses Grundeinkommen in der Form die wie sie Fellmer und Brecht ansprechen ist wäre der Todesstoß für Deutschland und Europa der volkswirtschaftliche Todesstoß ja und dann will Christian Fellmer ja eigentlich noch so etwas wie einen Mauerbau er will keine physische Mauer bauen Schluck Wasser sondern irgendwie eine Mauer bauen ja niemand will eine Mauer bauen niemand will eine Mauer bauen ich glaube Ulbricht war das damals und zwar für Vermögen beziehungsweise für Kapital und für zu vererbendes er will also quasi irgendwie einen Weg finden dass eben dass eben hier unsere lieben Milliardärskönige ja dass also unsere lieben Milliardärskönige nicht sagen ja bevor ihr diese Gesetzesänderung von Christian Fellmer und Sarah Wagenknecht und so weiter einführt davor packen wir hier alle unsere Sachen und nehmen unsere Arbeitsplätze mit und lassen ein verarmtes unfähiges inkompetentes Deutschland zurück sozusagen das will er verhindern da muss er ja irgendwie eine Mauer bauen für das Kapital sonst könnten die ja mit Sack und Pack mit Kapital mit ihrem Erbe und mit allem anderen Richard David Brecht deutet das ja an unter den jetzigen Weltbedingungen ist es nicht möglich sozusagen eine vollständige Vermögenssteuer und Erbschaftssteuer zu erheben weil eben die Leute gehen können und wenn sie gehen können können sie auch ihr Kapital mitnehmen sie können ihr Kapital ins Ausland verlagern sie können ihr Vermögen ins Ausland verlagern und im Zweifelsfall wenn man das miteinander dann koppeln würde dann würden sie halt selber mitgehen es gibt andere schöne Flecken auf der Erde und ohne die Einführung der Wohlfühlstimme der Gesundheitsdaten und der Langlebigkeitsdaten ist ja Deutschland auch kein schöner Platz auf der Erde sondern ein hässlicher Platz auf der Erde kein attraktiver wenn ich denke wie schön zum Beispiel wie die Lebensqualität zum Beispiel in Thailand sein kann und so weiter dann es gehen ja sowieso viele Deutsche mit ihrem Geld nach Thailand weil sie sagen die Lebensqualität ist dort viel höher als in und auch die Liebesqualität ist viel höher in Thailand als als eben in Deutschland deswegen nehmen also viele reiche Rentner nehmen ihr Geld in die Hand und gehen gehen nach Thailand ja und ich habe das ja auch mal besucht und da ist wirklich die Lebensqualität und die Lebenslust viel größer als in Deutschland und deswegen haben diese Leute auch recht ja und das kann doch jeder Milliardär auch tun und jeder Unternehmer der kann ja seinen Wohnsitz nach Thailand verlagern und aber irgendwie will Christian Fellber dann eine Mauer bauen für das Vermögen so nach dem Motto ja du kannst ja gehen und auswandern aber dein Vermögen dein Kapital bleibt hier und bevor sowas beschlossen wird sind alle werden alle Reichen weg sein und damit und alle Unternehmer weg sein damit wird also sozusagen die Fähigkeit der Unternehmer das Zusammenarbeiten von tausenden Menschen effektiv koordinieren zu können das wird uns fehlen und dann gehen wir alle kaputt dann sind wir alle battlearm irgendwann wie das ja auch Professor Hans-Werner Sinn immer so richtig gesagt hat als er mit dem Link Thilo Jung von jung und naiv gesprochen hat ja genau ja ja auf der anderen seite spricht Christian Filber wieder davon dass es eben intelligente Systemspielregeln braucht aber er erkennt nicht dass diese intelligenten Systemspielregeln ausschließlich die next scientists for future de haben mit der Wohlfühlstimme den Gesundheitsdaten den Langlebigkeitsdaten den Wirtschaftswunderdaten von denen alle Verdienstzuschläge abhängig gemacht werden und alle Finanzzuschläge abhängig gemacht werden ja dann haben wir ja das muss ich mal versuchen zu verstehen was hier steht ich lese mal vor die klugen ah ja die klugen werden nicht arbeitslos also Richard David Precht erzählt ja das Märchen davon dass angeblich jetzt durch die moderne Technik die Hälfte der Menschen der macht den Leuten Angst er sagt nicht da ist ein Killer Virus sondern er sagt ihr werdet alle arbeitslos ja Richard David Precht sagt ja den Leuten hier die Hälfte der Menschen wird arbeitslos werden und deswegen braucht ihr alle ein Grundeinkommen und sollt es alle wollen weil ihr werdet ja alle arbeitslos und dann werdet ihr euch freuen über das Grundeinkommen aber es stimmt eben leider nicht die klugen werden nicht arbeitslos also hier wenn wir mit Hilfe der Next Scientists for Future dafür sorgen dass Deutschland hier wieder hier wieder seine Kinder wieder hier bekommt und hier nicht dann wird Deutschland wieder sehr viel klüger werden und kluge Leute stellen Produkte her die die ganze Welt kaufen wird und das wird bedeuten kluge werden Vollbeschäftigung haben aber natürlich hat Richard David Precht hat nur in einem Punkt recht all die weniger klugen die werden natürlich immer zu jeder Zeit arbeitslos und da wir im Moment also sozusagen wenn dann kriegen wir eine Massenarbeitslosigkeit weil wir zu viel wenig zu viel niedrig qualifizierte im Lande haben dadurch können wir natürlich eine Massenarbeitslosigkeit kriegen aber wenn wir es schaffen mit Hilfe der Next Scientists for Future wieder dafür zu sorgen dass wir unsere Kinder hier bekommen wie das bei den Bonovos auch der Fall ist und eben nicht hier bekommen sozusagen dann wird Deutschland immer klüger werden wird auf dem Weltmarkt wieder konkurrenzfähig und wird die ganze Welt wird made in Germany kaufen wollen sozusagen und dann können wir uns auch alle Produkte die die Welt an guten Produkte die die Welt hat auch nach Deutschland wieder kaufen für das wir geben denen unsere Produkte und wir kriegen dafür deren Produkte vom Rest der Welt und das wird so funktionieren und wenn wir dann wenn dann die Next Scientists for Future es geschafft haben dass die gesamte Welt die soziale Marktwirtschaft beendet hat und damit die Kriegslisterheit verschwunden ist und alle pazifistisch geworden sind dann können wir auch irgendwann alle Staaten auflösen und so weiter und dann leben wir vielleicht wieder in einem gesunden Netz an Kommunen weil Staaten ja eigentlich nur militärische Einheiten sind und wenn alle pazifistisch wieder leben dann gibt es immer noch Wettbewerb und so weiter und dann wird es immer noch darauf ankommen ob in den Kommunen eben aber da sorgt dann die Natur ja schon davor und die Natur sorgt ja immer dafür dass sozusagen immer hier die Kinder von den Fähigsten stammen und nicht von den Unfähigsten Männern der Gruppe sozusagen ja und dadurch wird es immer so sein dass letztendlich hier ja dann zum Beispiel hier die Töchter wenn die Töchter dann wieder sehr fähig sind weil sie sehr gute Gene in sich tragen sozusagen und gut genähert ja aus der Kommune kommen und hier hingehen und dann diese Töchter wieder von den fähigsten Männern dieser Kommune wieder die Kinder bekommen ja so wird dann der ganz normale natürliche Wettbewerb immer weiter laufen und wir können dann die Evolution einfach so laufen lassen und brauchen keine Staaten mehr weil wir keine Kriege mehr machen und nur noch in sanftem friedlichen Wettbewerb und sanfter friedlicher Wettbewerb dass eines gelenkten Handels eines gelenkten Marktes einer gelenkten Arbeitsteilung stattfinden wird und dann können wir das Ganze eigentlich laufen lassen und dann ja und das heißt also diese These dass also sozusagen wenn wir das mal als Deutschland jetzt sehen ja dass also Deutschland die Hälfte der Leute arbeitslos werden würde wegen der Computer und Robotertechnik nein das das wird nicht der Fall sein sondern wenn wir immer klüger werden 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 die klugen das kluge Deutschland an das den weniger kluge Restwelt immer viele Produkte verkaufen können und kann dann aus jedem Teil aus jedem Kontinent der Welt deren wenige Spitzenprodukte wieder zu uns zurückkaufen also werden wir immer das Hightech Land der Erde sein mit einer nicht mehr vorhandenen Konsumsucht wir werden über alle Hightech verfügen aber nur noch ganz wenig davon konsumieren weil wir ja eigentlich sozusagen das wahre Glück haben nämlich die Liebe in der Kommune und nur noch wenig Konsum brauchen und damit auch übrigens einen Degrowth Zustand erreicht haben oder letztendlich erreicht haben ja also von daher also Richard David Brechts Drohung dass wir alle arbeitslos werden das stimmt ja solange wir es so lassen wie es im Moment der Trend ist nämlich dass Deutschland seine Kinder hier bekommt also Deutschland immer weniger klug wird und damit immer weniger leistungsfähig immer weniger wettbewerbsfähig natürlich dann wird irgendwann ganz Deutschland arbeitslos ja denn wer will die Produkte von Unfähigen kaufen ja niemand in der Welt also wird dann sozusagen die Werkbank Deutschland da werden alle arbeitslos werden also müssen wir schleunigst sorgen dass wir hier Kinder bekommen und dass wir aus aller Welt Zuwanderung aus diesem Bereich kommen also insofern Multikulti gerne aber nur hier ganz oben und auf keinen Fall hier ja und das ist ja der Weg ich hab's da schon tausendmal gesagt wir müssen Asylanlagen machen die besten Asylanlagen in der Welt mit knallharten Asylverfahren dort in den Anlagen und niemand aus den Anlagen kommt jemals nach Deutschland ja weil wir die vor Ort machen im Nachbarland des Krisengebietes und und so weiter und ja und dadurch nach Deutschland kommt nur wer extrem hohe berufliche Qualifikationen extreme Unternehmerfähigkeiten Milliarden mitbringt und so weiter also die kommen gerne machen wir da Multikulti weil die sich auch ganz schnell integrieren und sich mit Partnern aus der Ursprungsbevölkerung verpaaren sozusagen und die Kinder dann ja und dadurch eben wobei das Problem immer ist empfehlen kann ich es niemandem nach Deutschland zu kommen der aus anderen Teilen der Welt stammt denn hier ist es immer so jeder Mensch kann nur maximal gesund und glücklich leben dort für die Region der Erde für die er genetisch angepasst ist ja also jemand der hier wenn wir das mal als Erdkugel nehmen also wer für äquatoriale Lebensverhältnisse genetisch gut angepasst ist der wird gesundheitlich Probleme bekommen wenn er hier hinkommt oder hier hinkommt oder ja oder gar an den Nordpol oder an den Südpol kommt ne und insofern gerne Multikulti gerne aber empfehlen kann ich es den Leuten nicht weil gesund ist es für sie nicht ne die Kinder wenn es dann zur Durchmischung kommt des genetischen Materials sind dann ja schon wieder besser angepasst für hier und die Enkelkinder noch besser ja wenn die sich immer jeweils mit der Ursprungsbevölkerung verpaaren ja aber empfehlen kann ich es nicht weil gesund ist das nicht man kennt ja das Beispiel da kommt jemand aus Afrika nach Deutschland und ihm geht es dreckig einfach weil seine Genetik seine Sonnenbedürftigkeit nicht zu den deutschen Lebensverhältnissen passt in den er kaum Sonne abkriegt und andere Faktoren also es gibt ja noch viel mehr wahrscheinlich viel mehr kleine Faktoren als nur diese Sonnenabhängigkeit sozusagen des Afrikaners wobei wie gesagt kann ja auch sein dass das mal irgendwann widerlegt wird dass also das es eben nicht so ist dass die schwarzafrikaner sozusagen in deutschland oder in finnland oder in schweden besonders stark unter einem vitamin d mangel dann leiden sozusagen die frage ist ob man ob man mit einer vitamin d substitution diesen ob nicht diese sonneneinstrahlung viel mehr noch macht als nur ein chemisches vitamin d zu produzieren ja das sind so interessante fragen also ob das also von mir aus also gerne Multikulti wenn die leute des auslandes das bereit sind auf sich zu nehmen aber bitte Multikulti nur im Hochleistungsbereich und niemals hier denn das zerstört jede Gesellschaft auf der anderen seite eben noch einmal es gibt noch ein fragezeichen was natürlich nicht so stark für Multikulti spricht Schluck Wasser der ganze Bonobo Kommunismus fußt ja im Wesentlichen darauf dass es zu keinen Kindstötungen kommt ja die Evolution entwickelt ja das hoch entwickelte Gruppen Gruppenehe System das System einer offenen Gruppenehe wie wir es bei den Bonobos haben ja entwickelt ja dieses Paarungssystem ja nur letztendlich im evolutiven Vorteil wegen des evolutiven Vorteils den es hat dass es zu keinen Kindstötungen mehr kommt es kommt nämlich wir wissen das alle aus der Forschung dass Löwen Männer Kinder töten Löwen Babys töten von denen sie genau wissen dass sie nicht der Vater sein könnten genauso Bären oder andere Säugetiere Affen auch also auch potenziell ist es also sicherlich im Gengut auch der Bonobos angelegt wenn sie erkennen könnten wegen der Hautfarbe zum Beispiel was ja beim Fell jetzt nicht ohne weiteres möglich ist aber beim Menschen wäre es ja beim felllosen Bonobo möglich anhand der Hautfarbe zum Beispiel zu erkennen dieses Kind kann nicht mein eigenes sein dass dann auch wieder diese Tötungstendenz entsteht dass dieses Kind zu töten und wenn dann auch die sozusagen vielleicht würden dann auch die Frauen wieder untereinander anfangen gegenseitig wieder Kinder zu töten und so weiter also wie gesagt ich weiß nicht ob nicht dieser Friede des Bonobo Kommunismus nicht gestört wird durch Parallelgesellschaften und so weiter und durch Multikulti kann ich nicht abschließend sagen aber darüber musste man nachdenken und da wir ja durch die Next Scientists for Future ein gewaltiges dauerhaftes Wirtschaftswunder von circa 500 Milliarden pro Jahr haben würden können wir ja jederzeit auch den Leuten ein die Staatsbürgerschaften abkaufen mit einem Remigrationsgeld sozusagen und ihnen helfen dass sie wieder in die Teile der Erdkugel zurück kommen wo sie auch gesünder und besser leben können sozusagen ja aber das kann man ja alles diskutieren das ist ja alles offen diskutierbar so also noch mal zu Richard David Brecht also diese Idee dass alle die Hälfte arbeitslos wird und so weiter die die können die Next Scientists for Future verhindern und dann brauchen wir auch nicht das selbstzerstörerische bedingungslose Grundeinkommen einzuführen denn allein das auch wenn es nicht dazu führen würde dass hier die 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 arbeitsunfähigen dann 30 Kinder bekommen würden ja und damit sie einen bedingungslosen Grundeinkommen von 45.000 Euro monatlich bekommen bis zu 45.000 Euro monatlich bekommen sozusagen dann denn Deutschland würde allein schon deswegen kaputt gehen weil ja das diese hier das finanzieren müssten im Sinne dieser Umverteilung von oben nach unten und bevor das geschehen würde würden diese eben abwandern und dann gäbe es nichts mehr umzuverteilen und dann gäbe es auch nicht mehr die finanzielle Basis dafür also das Ganze ist also das war diese Sendung war halt mit Richard David Precht und Christian Fellber da sind halt sozusagen alle links Räume mal zusammen gekommen und durften mal geträumt werden aber ich hoffe sie werden niemals Realität ja also sozusagen noch noch echter planwirtschaftlich und noch echter sozialistisch und noch echter kommunistisch als das Modell der Next Scientists for Future wird nicht gehen wird nicht funktionieren ja also in diesen Sendungen kam also zum Ausdruck die tiefste Ablehnung alles Fägen und Reichen in der Gesellschaft also genau genommen waren alle diese Sendungen also quasi hier die tiefste Ablehnung alles dieses Bereiches der Eliten der Fägen der Unternehmer der Reichen also all derer auf denen unser gesamtes gesamter Erfolg Fuß diese zutiefst abzulehnen das war das was in diesen Sendungen zum Ausdruck kam so dann lesen wir doch mal weiter ja wie gesagt die Vollbeschäftigung für die Klugen ist garantiert nur die Unfähigen für die wird es Massenarbeitslosigkeit geben ja und dann Christian Felber irrt sich und glaubt tatsächlich dass erst seit ein paar Jahrhunderten das Gemeinwohl durch den bösen Kapitalismus mit Füßen getreten würde die Naturwissenschaft beweist aber dass das schon seit circa 400.000 Jahren das Gemeinwohl mit Füßen getreten wird das zeigt eben wenn man eben keine naturwissenschaftlich solide Grundausbildung hat verschätzt man sich da total das läuft nicht seit ein paar hundert Jahren sondern seit ein paar hunderttausend Jahren läuft dass das das Gemeinwohl durch ungelenkten Markt und Arbeitsteilung mit Füßen getreten wird ja so dann ja bei Corona man man wartet nicht auf Kranke sondern testet vorab und erzeugt so Hotspots und Superspreading Illusionen ja man wartet eben gar nicht drauf dass erstmal irgendwo Kranke aufploppen dann könnte man ja immer noch handeln sondern man handelt vorher und das ist genau das was ich vorhin mit dem Interaktionsproblem beschrieben habe die Medizinindustrie und die Pharmaindustrie interagiert und deswegen kann es ja sein dass alle Probleme daherkommen ja als Naturwissenschaftler müssen wir das doch genau untersuchen ist es die Medizinindustrie die alle Probleme erzeugt oder ist es wirklich das Coronavirus selber ja die Nachdenkseiten haben wieder so eine Sendung gebracht mit ihrer übertriebenen Datensorge also das gibt da irgendwo Böse die wollen irgendwie die Daten missbrauchen um euch zu schaden ja dabei ist das was faktisch geschieht eigentlich viel weniger nämlich die die da werden da wird gezielte Werbung hergestellt die Daten werden benutzt um den Leuten gezielte Werbung zu geben um dann noch mehr Profit durch den Verkauf von Produkten zu erzielen das ist zunächst einmal nur insofern schädlich als dass es die Konsumsucht optimiert und die Konsumsucht maximiert aber dass diese all diese Probleme würden durch die Wohlfühlstimme die Gesundheitsdaten und so weiter der next scientists for future .de ja alle grundsätzlich gelöst werden also dieses Problem da bräuchten wir uns keine Sorgen mehr machen auch über das Thema Datenmissbrauch weil es dann auch gar kein Interesse mehr an einem Datenmissbrauch mehr geben kann ja denn was soll ich profitieren wenn all meine Verdienstzuschläge abhängig davon hängen dass es meinen Kunden besser geht und noch besser geht und noch besser geht wie soll ich ihnen irgendwas profitieren dadurch dass ich ihnen schade kann ich nicht mehr also wird es auch kein Motiv mehr geben für Datenmissbrauch das einzige wird es vielleicht geben das habe ich aber schon oft beschrieben dass jemand versuchen wird die Wohlfühlstimmen und die Gesundheitsdaten irgendwie gezielt zu manipulieren aber das wird erstens unendlich schwierig und wird natürlich mit allen Datenschutzmechanismen und allen Strafbestrafungen und mit 15 Jahren Gefängnisstrafen und so weiter mit hoher Strafandrohung verhindert werden und da werden wir schon für sorgen dass das nicht stattfindet außerdem gegen jeden Versuch irgendetwas an den Wohlfühlstimmen zu drehen also wir haben es ja bis jetzt auch geschafft dass wir zumindest glauben dass unsere Wahlen nicht gefälscht werden also eigentlich müssten ja dann auch jetzt schon unsere Wahlen alle gefälscht sein wenn es so leicht wäre einfach mal alles eben so zu fälschen und überall einzugreifen Daten zu fälschen so einfach scheint es ja nicht zu sein sonst müssten wir eigentlich sagen alle unsere Wahlen der letzten Jahrzehnte sind alles Betrugswahlen gewesen und dann hätten wir ja zu jeder Zeit sozusagen Regierungen gehabt die gar nicht gewählt worden wären also wir werden auf jeden Fall den Datenmissbrauch in jeder Hinsicht verhindern können ja und die UN die United Nations also die Vereinten Nationen sollen sich jetzt auch für ein Grundeinkommen ausgesprochen haben ja noch mehr unfähige Kindermassen in die Welt setzen ja also das heißt also auch die UN scheint von dieser linken sozusagen Illusion dass alle Kinder Genies seien infiziert zu sein ja ja da wenn Untersterblichkeit ja wir haben ja bei Corona wir zahlen ja einen unendlich teuren Preis dafür dass wir uns den Luxus einer künstlichen Untersterblichkeit leisten was natürlich dem Denken der Medizinindustrie entspricht die hätte sich schon früher immer gewünscht dass wir um jeden Preis dass wir bereit werden das habe ich ja vorhin geschildert ich habe ja hier mit der Medizinethik das habe ich ja geschildert wo ist es das ist natürlich immer eine Evolutionstendenz unter Bedingungen von freiem Markt und Arbeitsteilung geben wird dass also immer Ärzte die den Irrtum tragen wir sollten um jeden Preis jedes Sterben verhindern und alle Milliarden dieser Erde ausgebend dafür leben um jeden Preis zu verlängern dass diese Ethik zwangsläufig entsteht weil das einfach unheimlich viel Geld bringt man dadurch zwei Kinder drei Enkel zwei Urenkel ernähren kann und eben eine riesige Mediziner-Dynastie so begründen kann basierend auf diesem Irrtum und insofern ist die Medizinindustrie immer bereit jederzeit dass Staaten sich völlig wirtschaftlich ruinieren um ihre Dienstleistungen zu bezahlen das ist also nichts Ungewöhnliches ja also sozusagen ja und dann müssen wir uns klar sein dass auch die Schere zwischen Arm und Reich natürlich auch deswegen so immer weiter auseinander geht so erschreckend weit immer mehr auseinander geht weil je mehr hier geboren werden und je mehr hier diese Leute gar nicht richtig arbeitsfähig sind desto grundsätzlich größer muss natürlich die Schere auseinander gehen zwischen Arm und Reich weil es immer mehr Leute gibt die fast nichts verdienen und 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 dadurch wird die Schere automatisch geht sie weiter auf aber das liegt nicht daran dass sich hier allzu viel verändert sondern vor allem weil 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 hier so viel geboren wird und so viel Nachwuchs und Neuzugänge kommen in diesem Bereich und dadurch wird automatisch die Schere geht sie immer weiter auseinander das wird aber auch nirgends angesprochen dass natürlich wenn ich hier Zuwanderung habe in diesem Bereich über proportionale Zuwanderung in diesem Bereich habe und hier mehr Kinder habe als hier ja dann muss die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter auseinander gehen ja weil ja wenn 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 die Kinder alle hier geboren würden dann würden diese Kinder ja alle hohe Qualifikationen haben hohe Gehälter bekommen hohe Löhne bekommen und dann wäre die Schere zwischen Arm und Reich wieder deutlich enger zusammen würde wieder enger zusammen sich mehr schließen wieder also es entscheidet ja wie viel wie viel wie viel Zustrom ich in diesem Bereich habe ja das entscheidet wie weit die Schere zwischen Arm und Reich noch auseinander geht ja dann von der FDP ein Herr Buschmann oder so ja der kritisiert das Versilbern des Ruhestandes der anderen SPD-Politiker außer Vogel der so bescheiden gewesen wäre so anständig gewesen wäre dass er das nicht gemacht hätte naja da ist eben ja das ist eben ja gerade die Tatsache dass eben so viele Politiker also so viele Politikkönige nach ihrer Karriere dann also während der Karriere werden sie umgarnt von den geschenkebereiten Lobbyisten von der High Society umworben um umgarnt und von den Parteispenden umgarnt und nach der Karriere wartet auf sie dann noch ein gut dotierter Job in der Industrie bei den Freunden der High Society und so weiter und umso mehr müssen wir ihnen sagen liebe Politiker die Wohlfühlstimme die Gesundheitsdaten die Langlebigkeitsdaten und die Wirtschaftswunderdaten die nehmen euch zwar einerseits diese diese Geldaspekte weg geben euch aber das Geld des Wirtschaftswunders denn dadurch werden dann eure Diäten auch nochmal erhöht werden können sozusagen durch diese 500 Milliarden Wirtschaftswunder jährlich da werdet ihr euren Teil von abbekommen aber ihr bekommt vor allem durch die Wohlfühlstimme die Gesundheitsdaten und die Langlebigkeitsdaten ein ich sag jetzt mal einfach 10-fach besseres Lebensglück ein 10-fach bessere Gesundheit und eine 10-fach bessere Langlebigkeit und das sollte euch viel mehr wert sein als alle Milliarden dieser Erde die können nämlich das nicht ersetzen denn auch mit allen Milliarden dieser Erde werdet ihr niemals 10 mal glücklicher als jetzt aber durch die Wohlfühlstimme könnt ihr das werden 10 mal glücklicher als jetzt denn am Ende entscheidet nur wie glücklich ihr wart im Leben sozusagen und das können euch nur und dafür müsst ihr allerdings verzichten auf ihr kriegt aus dem Wirtschaftswunder euren Anteil müsst aber verzichten zukünftig auf alle Geschenke der Lobbyisten auf alle Parteispenden und auf alle Jobs nach der Politik darauf müsst ihr verzichten aber dafür kriegt ihr so viel mehr nur dass es eben nicht alles Geld ist was ihr kriegt ihr kriegt nur einen Teil in Geld aus dem Wirtschaftswunder raus und den Rest bekommt ihr in 20-facher besserer Lebensqualität 20-fach besserer Gesundheit und 20-fach besserer Langlebigkeit natürlich nicht über 127 Lebensjahre denn älter sollte auch niemand werden ja so ja dann kommen wir jetzt über unser Tagesbild wieder zu unseren Tagesthemen ach ne hier sind die Tagesthemen also wir haben erläutert was die Zentral Irrtümer von Sarah Wagenknecht Rixinger Marx Christian Fellber und Richard David Precht sind die ja quasi geistig antreten gegen Markus Krall sein Zentral Irrtum ist dass er nicht erkennt dass all genau diese diese Schäden die ich hier ja so ausführlich vorhin geschildert habe die man jetzt Millionen Beispiele geben könnte dass ungelenkter Markt und Arbeitsteilung die uns die Hölle auf Ehren bereiten das übersieht Markus Krall weil ihm wie immer diese Kern naturwissenschaftliche Ausbildung also dieses Physik plus Chemie plus Biologie inklusive aller Varianten von Psychobiologien und Soziobiologien weil ihm das fast völlig fehlt erkennt er die Wahrheit nicht deswegen verlieren alle diese hier gegen die Next Scientist for Future weil sie alle Sarah Wagenknecht und ihre Mannschaft sozusagen Markus Krall und seine Mannschaft in der Atlas Initiative und so weiter sie verlieren alle das Rennen gegen die Next Scientist for Future weil das die einzigen sind die die neuen Darwins und Wallaces sind und Mendels sind also die die sozusagen die einzigen wo haben wir sie die einzigen wissenschaftlichen Genies dieser Erde sind dieser Kreis sozusagen ist der neue Nachfolger der Kreis der Nachfolger Darwins ja und ja und deswegen machen in unserem heutigen Rennen ich hoffe dass sie das nachvollziehen könnten dass dieses in diesem Duell Sarah Wagenknecht und ihre Mannschaft Markus Krall und seine Mannschaft und die Next Scientist for Future und ihre Mannschaft dass da in diesem Duell die Next Scientist for Future die eindeutigen Sieger nach Punkten sind dass sie im Moment der einzige Ort von an Wahrheit auf der gesamten Erdkugel sind ja ja also dann war es das doch schon wieder mit unserer heutigen wissenschaftlichen Tagesschau heute Tschüssi bis bald Tschüssi eeeh eeeh und